Willkommen zum DAX-Check am Freitag und natürlich auch heute an meiner Seite Thomas Bergmann. Schön, dass du da bist. Wir sehen schon den aktuellen Stand des DAX. Wir sind heute auch mal live, deswegen passt es aber wirklich auf die Minute. 9.36 Uhr. Wir stehen ja leicht im Minus. 20 Zähler geht es nach unten. Jetzt wird es heute spannend. Ich habe schon auf der Aktionär gelesen, die US-Job-Daten kommen. Warum werden die denn, wer es noch nicht gelesen hat, so wichtig? Verrat uns das doch mal. Ja, weil die Hoffnung ist, dass die Arbeitsmarktdaten einfach stark ausfallen und dem Dollar mal wieder neues Leben einhauchen, weil der ja zuletzt deutlich geschwächelt hat. Im Vergleich zum Euro vor allem. Wir waren knapp bei 1,19, nachdem wir jetzt vor wenigen Wochen, sage ich mal, bei 1,10 oder Anfang des Jahres sogar deutlich tiefer standen. Und das lastet natürlich auf dem DAX und auf den Gewinnen der DAX-Unternehmen. Und deswegen, denke ich mal, schauen da viele heute Nachmittag mal nach New York, was da verkündet wird. 180.000 neue geschaffene Stellen werden erwartet. Arbeitslosenquote soll um 0,1 Prozent auf 4,3 Prozent fallen. Also das sind so die Erwartungen des Marktes. Und damit es Einfluss auf den Dollar hat, glaube ich, über 200.000 Stellen kommen. Alles, was da drunter ist, befürchte ich, hat eher negative Auswirkungen. Wir schauen uns auch mal die Charts an beim DAX, wie es aktuell die Situation gestaltet. Wir sehen hier nochmal den Dip hier fast auf die 12.090-Punkte-Marke. Dann haben wir uns wieder ein bisschen erholt. Aber jetzt sind wir schon sehr nah. Gestern war wir wieder sehr nah dran. Und auch heute ist ja nur ein Katzensprung. Genau. Also sind 0,3 Prozent nicht mal mehr. Aber wir halten uns noch. Also das ist das Positive, dass wir uns in dem Bereich bewegen. Ich sage mal so, es sind viele im Urlaub. Der Handel ist sehr dünn. Der Markt muss sich einfach mal jetzt neu sortieren. Was machen wir mit dem Dieselgate? Was machen wir mit den Absprachen in der Automobilindustrie? Ja, die Zahlen müssen der Reihe nach verarbeitet werden. Und ja, von daher sage ich mal, für die Sommerflaute ist das eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir uns bewegen. Aber der Abwärtstrend ist noch intakt. Der Abwärtstrend ist intakt. Ja, der ist noch lange intakt. Die Linie hier oben, die verläuft bei 12.430. Von unten, die kommt näher, die 200-Tage-Linie. Also auch positiv 11.870 sind wir da schon. Also es sind 260 Punkte, die da noch fehlen zum, ja, zum Dip, zur Berührung. Und ja, ich denke mal, das kann schon so weit kommen, dass wir diese beiden Linien hier demnächst auf einer Linie eben sehen. Ist ja auch lange her, dass wir es das letzte Mal gesehen haben. Wir zeigen es Ihnen nochmal, liebe Zuschauer, falls Sie es vergessen haben. Genau. Über ein Jahr jetzt schon. Genau. Hier im Mitte des Jahres, Mitte 2016, war, wie gesagt, sehr ungewöhnlich, diese lange Phase, dass wir oberhalb der 200-Tage-Linie uns bewegen. Wir hatten, wie gesagt, hier schon mal den Fall, das war ein halbes Jahr. Hier bewegen wir uns jetzt schon ein ganzes Jahr drüber. Und ja, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass irgendwann diese beiden Linien sich wieder schneiden werden. Die Frage ist nur, ob bei oberhalb von 12.000 oder unterhalb. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir schauen noch aufs Produkt, das jetzt schon länger aktiv ist. Ein Short-Produkt, das wird uns auch gleich eingeblendet. Genau. 9,30 Euro. Also im Vergleich zu gestern kaum bewegt. 8 Euro war der Kaufkurs. Ich wiederhole mich gerne, wenn wir jetzt da die 12,90 sich wirklich mal unterschreiten sollten, kann man durchaus noch neu einsteigen oder vielleicht sogar die Position etwas aufstocken. Ich sage ja immer, kleine Positionen mit diesen Hebelprodukten. Hebel 13 ist kein Witwen- und Waisenprodukt, sondern da muss man schon aufpassen. Kann man nicht einfach mal kaufen und liegen lassen, sondern ist ein Trading-Produkt, ganz klar. Und es dient aber auch zur Absicherung eben einer Aktienposition oder eines Aktiendepots. Wenn man sagt, ich fahre in Urlaub, will mein Depot absichern gegen stärkere Kursverluste. Da ist so ein Produkt sehr gut geeignet. Gut. Dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung und auch der heutigen Woche. Wir schauen mal, was heute Nachmittag passiert. 14.30 Uhr. Wir halten ja auf jeden Fall im Blick. So sollten Sie auch tun. Dankeschön, Thomas. Gerne. Danke auch Ihnen und bis zum nächsten Mal.